Die Brose-Baskets haben gestern Abend in der Basketball-Euroleague in Moskau ihre nächste Niederlage in den Top 16 hinnehmen müssen. Gegen ZSKA Moskau gab es nur ein 70 zu 91 und damit werden die Franken zur Zeit leider in der Tabelle nach unten durchgereicht und stehen momentan nur auf Platz 6 in der Tabelle. Sie müssen aber zum Weiterkommen unter die ersten vier und hier die Bilder zum Spiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017